Bist du bereit? Ja, ballerein. That's what she said. Scheiße, mein, lol. Also soll ich loslegen? Ja, bitte. That's what she said, lol. Ja? Ja, okay, that's what they said. Wer? Ja, they. Sie? Nein, sie ist she, ich meine they. Ach so. Ja, so. So, so. So, so. So, so. Okay, los geht's. Warte mal. Was? Was ist los? Ich war gerade im Flow. Ja, ich wollte nur kurz sagen, dass du gerade sehr merkwürdige Sachen sagst. Das sind Adlibs, das musst du. Du hast gerade gesagt, du coolala. Ja. Ja, ich glaube, dass das kein guter Anfang für Ihren Song ist. Ich bin hier Künstler und ich sag, was in Ihren Song kommt. Ja, okay, aber trotzdem. Nein, nicht trotzdem. Ich fange mal von vorne und unterbricht mich nicht. Na gut. Zitronen, Senf, Apfel, Mousse. Powerade. Moment mal, warte. Was? Was ist jetzt schon wieder? Du zählst gerade nur Essen auf. Ja, ich weiß, aber es geht darum, was Essen symbolisiert. Was symbolisieren denn Zitronen, Senf, Apfel, Mousse und Powerade? Ja, ich war noch nicht fertig. Das ist trotzdem dämlich. Hatte ich nicht eben gesagt, dass du mich nicht unterbrechen sollst? Ja, tut mir leid. Fange mal von vorne an. 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Okay, stopp. Ich schmeiß dich gleich raus. Du hast gerade eine ganze Zeit von deinem anderen Song zitiert. Ja, das ging mir halt gerade durch den Kopf. Während du deinen Song aufnimmst, gehe hier 99 Luftballons von Nina durch den Kopf. Ja, du verstehst dich von der Kunst. Bitte geh einfach. Ich mach das alleine. Ähm, okay, kriegst du so ein Geld von dir? Wenn du jetzt gehst... Okay, aber bevor ich gehe, kann es sein, dass du gestern ein Saturday Night Live Sketch mit Will Ferrell gesehen hast? Kann sein, warum? Das erinnert mich gerade ein bisschen an den. Ja, mich auch. Ich hab mich schon gewundert. Na ja, dann schönen Tag noch. Mit dem Drecksteppen kann man echt nicht aufnehmen, ey. Ineptias hat jetzt 100k auf TikTok geknackt. Wer? Ineptias. Ineptias? Ja, Jonas. Wer jetzt? Jonas oder Ineptias? Nein, das ist der gleiche. Wer ist das denn jetzt? Kennst du Ineptias nicht? Doch, doch. Inepitas ist nice. Ineptias. Ja, genau der. Nicht Inepitas. Ineptias. Ja, meine ich ja. Soll der Klick dich so einen komischen Namen nehmen? Ja, das hätte er besser machen können. Wenn man es einmal gehört hat, geht es doch eigentlich, oder? Ja, kann sein. Aber wer ist jetzt das gleiche? Was? Du hast eben gesagt, der gleiche. Ja, Jonas ist Ineptias. Ach so. Wusstest du das nicht? Ne, doch, klar. Ich weiß sowas. Dann ist er gut. Ich finde aber nicht nur seinen Namen, Daniel, sondern auch seine Community. Wie heißen die denn? Keine Ahnung, Ineptiami oder so. Das ist aber noch nicht offiziell. Naja, dann ist gut. Ich finde Jonasen besser. Aber dann würde ich denken, dass alle Jonas heißen. Hm, ja, das kann sein. Glaubst du, der macht bald Merch? Ich hab mir das zu arm dazu. Ja, deswegen kann der ja Merch machen. Hm, ja, stimmt. Ja, natürlich stimmt das. Okay. Ich hab tatsächlich schon was designt. Dann kann ich mich da als Designer bewerben. Meinst du als Dube? Nein, als Designer. Du meinst als Rapper? Nein, als Designer. Hä? Panda, Panda, Panda. Nee, ich bin ein Mensch. Nein, das ist ein Song von dem. Von wem? Designer. Drei Pandas und ein Designer? Ist auch egal. Ja, das ist ziemlich kernbehindert. Ja, ich muss gehen. Musst du? Ne. Aha, okay. Ich geh mir jetzt auf dem Weg einen Kuchen kaufen. Ich hätte gerne einen Kuchen. Okay, welchen denn? Den Schokoladenkuchen. Alles klar. Aber mit extra Chajos. Mit was? Mit Chajos. Mit was? Mit Chajos. Ach so, mit Lalos. Nein, mit Chajos. Ja, sag ich doch. Lalos. Nein, sie sagen Lalos. Ich möchte aber mit Chajos. Genau das hab ich doch gesagt. Nein, haben sie nicht. Doch, genau das hab ich gesagt. Nein, hör doch mal zu. Chajos. Ja, Lalos. Chajos. Lalos. Chajos. Lalos. Nein, mit Ch. Ja, nicht mit L. Hörst du mich nicht richtig? Ich sag doch Lalos. Nein, das ist falsch. Dann lass los nicht richtig. Ich sag es so, wie du es sagst. Nein. Nein. Doch. Nein, doch. Nein, doch. Ist doch auch egal, wie wir es aussprechen. Sie kriegen jetzt den Kuchen mit extra und dann ist alles gut. Ja, da haben sie recht. Ja, recht hab ich noch. Haha. Sorry. Nein, das ist nicht okay. War nur ein schlechter Witz. Es tut mir leid. Nein, nicht das. Den Witz feier ich. Was denn? Es heißt Chajos. Lalos. Nein. Was du sagst, klingt wie Horst. Das, was du sagst, klingt nach Horst. Was? Es tut mir leid. Keine Ahnung, das war ein schlechter Konter. Ja. Also ich darf jetzt so lange hier stehen, bis Sie das richtig aussprechen. Okay, wenn Sie das wollen. Ja, das möchte ich. Dann kann ich ja jetzt in die Pause gehen. Ja, machen Sie das. Bitte kommen Sie zurück, hast mir ein Lass überlegt. Okay, was wollen Sie? Bitte einen Schokoladenkuchen. Mit irgendwas extra? Nein. Sicher? Kein Lalos? Chachos. Wie bitte? Chachos. Es heißt Chachos. Ne. Ach, scheiße. Dann traufe ich mir eben keinen Kuchen. Ich geh jetzt nach Hause. Ich bin schon zu Hause. Nice, Digga. Was willst du mal werden? 82. Was? Du möchtest 82 werden? Ja, das ist der Durchschnitt. Von was? Jahren. Du kannst doch keine Jahre durchschneiden. Ja, will ja auch keiner. Ich rede von Durchschnitt. Ja, du kannst einen ja nicht anfassen. Da hast keine Materie, die man durchschneiden kann. Ich meine ja auch nicht das Jahr, sondern das Jahr. Ja, ich weiß, was du meinst. Du kannst das nicht weißen. Wissen. Weißen. Weiß anstreichen. Oder so. Meinst du den Ort? Was hat der jetzt damit zu tun? Nein, ich meine das Verb. Ach so, wer redet denn so? Keine Ahnung, du. Nee, nee. Dann wohl ich. Worüber haben wir eben nochmal gesprochen? Ich weiß es nicht mehr. Wir sind gerade irgendwie vom Thema gekommen. Ja. Ja stimmt, das war's. Wir haben über Ja gesprochen. Also das Wort. Das Substantiv? Ja. Genau, davon. Das Substantiv oder das Ja? Ich glaube das Substantiv. Den Mittelwert. Ach so. Nee, von Durchschnitt. Ist doch das gleiche. Nein, Durchschnitt ist da, wo du zum Beispiel mit dem Messer durchgeschnitten hast. Und Mittelwert ist halt Mittelwert. Ach so. Da kam also die Verwirrung grad her. Oder noch? Beides. Keine Ahnung. Dann schon. Ungefähr 16, Periode 3. Wo soll ich hinkommen? Meine Bahn kommt da. Tschüss. Welche Bahn? Hieß gar kein Bahnhof. Hm. Okay, schnell weg. Ich glaube meine Lüge war nicht ganz so gut. Aber da hinten ist schon ein anderer Drecks. Ich muss dir von dem Laden erzählen. Bei dem Laden gibt's 100% Rabatt. Was? 100% Rabatt. Nein, das kann doch gar nicht sein. Doch, guck doch. Ach so. Aber steht da irgendwo Rabatt. Was? Die Preise sind einfach nur 100%, nicht 100% reduziert. Also ganz normal? Ja. Was ist das denn? Dumm. Kann sein, aber ich kauf das dann noch nicht. Wie sieht's denn aus? Hässlich? Hungrig? Du hättest einfach deine Schnauze. Sorry. Ich zünd' dir an. So wie gestern vor Informatik? Nein, besser. Ach so, aber das ist illegal. Ja? Ja. Das ist natürlich sehr traurig. Nee, ich find das eigentlich ganz gut. Hm, ja okay, das ist eine Vor- und Nachteile. Eher nur Vorteile. Das ist deine Meinung. Ja, okay. Aber nicht meine. Deine Beine? Nein, meine Meinung. Ach so. Wie kommst du auf Beine? Hast du doch eben gesagt. Nein. Was hast du denn dann eben gesagt? Wann? Gerade eben. Wann? Ja, gerade eben. Wann? Habe ich doch gerade gesagt? Ja, nein, das habe ich eben gesagt. Ich habe eben wann gesagt. Ach so. Hm. Ich meine aber früher, bevor ich Beine gesagt habe. Ach so, aber nicht meine. Ach, du hast meine gesagt. Ja, das habe ich. Alles klar. Naja. Du bist echt dumm. Das ist aber nicht nur illegal, sondern auch nicht ganz so nett. Nicht? Nee. Oh, ja dann. Dann lass mir das lieber. Wir? Du meinst du? Ja, dann lässt du das lieber. Nein, du musst ich sagen. Aber du wolltest doch gar nichts machen. Ja, ist egal. Hier sind mehr Daily Sketch, wenn du davon noch mehr sehen möchtest. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder bei einem neuen Video. Schönen Tag noch. Klick. Klick, 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 klick. Klick.